Aber wer reist wieder Team Wiedehammer aus Tisch? Ich muss sagen, so gut mir Soraya Bonali gefällt, aber am diesem Abend war Oksana Pajul um eine Spur doch besser. Aber jetzt zurück zum Schaulaufen, Weltmeister unter sich, Viktor Bedrenko, Oksana Pajul, die Weltmeisterin des Vorjahres, in einen Rock'n'Roll. Bei den zwei ist es leicht, die trainiert bei derselben Trainerin, die auch Viktor Bedrenkoß Schwiegermutter ist. Also mit einer Schwiegermutter, da kann nichts schief gewesen sein. Ich hab keine Ahnung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Kamera hat schwierig mich zu zeigen. Schon die ganze Woche. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Applaus Applaus Ja, das war also Oksana Bayul und Victor Petrenko Ich gebe Ihnen aber beide guten Chancen bei den Olympischen Spielen in drei Wochen zu lassen, auch dort eine Medaille, wenn nicht sogar die Goldmedaille zu gewinnen. Applaus Ja, also das Umbau ist jetzt auf den Beinen, eine Standing Ovation Applaus Bei sehr, sehr sympathischen Eisungen. Danke, Frau. Applaus Komm, wir sehen uns wieder. Applaus 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 Applaus